Hallöchen Leute, hier ist Otto vom Clan Pots Blitz und ich will euch heute mal in einem komprimierten Video zeigen, wie man Cuts setzt, was Cuts sind und wofür die gut sind. Dazu habe ich mir mal von einem unserer Clan Wars zwei Replays rausgesucht. In einem sieht man sehr gut, was passiert, wenn man keine Cuts setzt. In dem anderen sieht man, was passiert, wenn man sie setzt. So, was sind jetzt also Cuts? Cuts sind dafür gedacht, um sozusagen einen Tunnel oder einen Korridor zu erzeugen, durch den die Einheiten Richtung Mitte, sprich Richtung Rathaus, fliegen bzw. laufen sollen. Cuts sind also dafür da, dass man den äußeren Kreis, der ein Dorf normalerweise umgibt, bricht. Sprich, wenn man keine Cuts setzt, werden in diesem Fall die Drachen, das ist aber genau das gleiche Prinzip mit Golems und Packers oder welchen Units auch immer, in dem Fall Drachen, die würden diese ganzen äußeren Gebäude hier zerstören wollen, da die KI der Drachen darauf ausgelegt ist, immer zum nächstbesten Gebäude zu fliegen. Sprich, sie würden alle äußeren Gebäude zerstören, würden also außen um die Base herum fliegen. Cuts sind nun dafür da, dass man diesen äußeren Kreis an zwei Stellen bricht, sodass die Drachen keine andere Wahl haben, als durch die Mitte Richtung Rathaus zu fliegen. So, dann wollen wir mal direkt ins Replay hüpfen. Unser Angreifer hat jetzt in diesem Fall keine Cuts gesetzt und seine Drachen, wie man sieht, alle an einem Punkt auf 10 Uhr, sagen wir mal, gespawnt. Und ich lasse das einfach mal rollen und wir gucken, was passiert. So, die Drachen werden gespawnt, die greifen die nächstbesten Gebäude an, was natürlich die Barracks sind, und suchen dann ihren weiteren Weg durch die Base. Es sieht momentan noch ganz gut aus, sie fliegen Richtung Mitte. Was aber jetzt passiert, ist folgendes. Unten sieht man schon, es haben sich, was, drei Drachen haben sich gesplittet, um diese äußeren Gebäude lang zu fliegen, um die zu zerstören. Oben, selbst oben ist noch einer, auch er ist außen rum geflogen. In der Mitte befinden sich also gerade weniger Drachen, als es sein sollten. Jetzt kommt sogar noch ein Drache nach unten, der auch noch hilft, die äußeren Gebäude zu zerstören. Und die mittlere ist gar kein Drache mehr in der Mitte. Niemand greift das Rathaus an, alle fliegen unten weiter außen rum. Der Angriff ist sozusagen komplett fehlgeschlagen. So, was hätte der Angreifer tun sollen? Er hätte diese zwei Gebäude zerstören müssen, mit jeweils einem Drachen. Damit wäre der äußere Kreis der Gebäude gebrochen gewesen. Die Drachen hätten dort, wo er sie gespawnt hat, das Goldlager und die zwei Kasernen zerstört und hätten dann gar keine andere Wahl gehabt, als zum nächstbesten Gebäude zu fliegen, was in diesem Fall das Elixiersammler, der Archer Tower und die Goldmine ist und hätten dann eben ihren weiteren Weg Richtung Mitte Richtung Rathaus gesucht. So, das nächste Replay ist ein Angriff von mir, wo ich Katz setze und man sieht gut, wie der Angriff laufen kann, wenn man die Katz eben setzt. Ich habe also oben und unten jeweils diese zwei, sprich vier Gebäude zerstört vorher, um dann alle Drachen in der Mitte auf drei Uhr zu spawnen und die werden dann in die Mitte fliegen und das lasse ich einfach mal rollen, wie das aussieht. So, ich setze also an den zwei Kasernen jeweils zwei Drachen. Diese werden jetzt zerstört, genauso wie oben der Sammler und das Armeelager. Dann noch, gut, die kleine Hütte in der Ecke und setze jetzt alle Drachen genau in der Mitte. Die haben nun also keine andere Chance, als in die Mitte zu fliegen, da der äußere Kreis gebrochen wurde. Und genau das tun sie auch. Sie bahnen sich jetzt ihren Weg Richtung Mitte. Hier an dieser Stelle wird die erste Air Defense zerstört, die zweite sogar schon und zwei Drachen greifen nun schon das Rathaus an. Auch wenn der Angriff jetzt natürlich nicht optimal lief, es waren auch, glaube ich, keine drei Sterne. So, ich denke, das reicht schon mit dem Replay. Man sieht einfach das Prinzip und das ist sehr wichtig, egal mit welcher Armee Zusammenstellung. Man muss immer diese Cuts setzen, um zu vermeiden, dass die Einheiten einfach außen um die komplette Base herumlaufen und diese ganzen äußeren Gebäude zerstören. Das will man auf keinen Fall. Deshalb ist es verdammt wichtig, diese einzelnen Gebäude zu zerstören. Man muss sich vorher natürlich überlegen, wo ist meine Angriffslinie, wo ist mein Tunnel, den ich erzeugen möchte? Und wie komme ich in die Mitte? Welche Gebäude muss ich dafür zerstören? So, das war es mit den Cuts. Ich hoffe, das hilft weiter. Ansonsten, wir sehen uns. Klampotz Blitz. Guckt mal vorbei. Tschüssi und Vala Morghulis.